In der Linzweger Ortsdurchfahrt zum Hullen ist am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ein kleinerer Schulbus mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Grund für den Unfall war nach Polizeieingaben ein Reifenplatzer am Bus. Bei der Kollision bei der Fahrzeuge wurden drei Kinder und zwei Erwachsene leicht verletzt. Alle kamen vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser. Sie waren auf dem Weg zu ihrer Unterrichtsstätte. Der am Unfall beteiligte Pkw-Fahrer ist Jeferaner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017